Ich hab schon auf Aufnehmen gedruckt, übrigens. Jasper! Ich spiele das Intro ab. Yeah, ich nehme auf. Was? Oh, das war das mittelaltere Intro. Herzlich willkommen zu Folge 111 von Speak Metal, der Heavy Podcast. Hallo Stefan, hallo Welt da draußen. Hallo Jasper, hallo Welt. Herzlich willkommen zur Schnapszahl, dem großen Mittelalter-Special. Special. Special. Schade, dass wir das nicht, wie ursprünglich geplant, am 11.11. rausgepumpt haben. Das wäre doch noch schöner gewesen. Ja, nun. Irgendwann ist das ja immer, ne? Richtig. Wir reden in dieser Folge 111 über Fieber333, ACDZ, Bring Me to Horizon und Zeal & Arda. Und wahrscheinlich noch über den Menge Quatsch, der uns unterwegs auffällt, aber das werden wir sehen. Ja, mir fiel zum Thema einfach schon mal vorab Quatsch ein. Ich weiß nicht, ob du den Quatsch gesehen hast. Viele. Sag dir, sag dir, ach Gott, dieses Late-Night-Berlin-Mittelalter-Rock-Ding mit Sascha, dem Sänger Sascha. Ich habe da was durch meine Timeline geistern sehen und war nicht geneigt, drauf zu klicken. Fehler, oder? Ich finde es, ja, es ist also, scheiße, ich habe den Titel vergessen. Also es kam vor allem aus Ecken, die mich eher dazu bringen, es mir nicht anzuhören. Ja, kann ich verstehen. Aber aus irgendeinem Grund habe ich trotzdem drauf geguckt. Folgendes, ja, da haben wir es, so. Also die ganz genaue Hintergrundgeschichte kenne ich nicht, aber tatsächlich finde ich es relativ witzig. Ich glaube tatsächlich, es war für die TV-Sendung Late-Night-Berlin mit dem Glashäufe-Umlauf, ist ein Mittelalter-Rock-Parodie-Song entstanden, mit dem schönen Titel Kaufmann und Maid, wo der Popsänger Sascha, ich habe alle seine Hits vergessen, aber man kennt ihn, quasi... Flugzeuge im Bauch, oder? Nee, das war Oli P. Das war Oli P. Und eigentlich war es auch Grönemeyer, das Flugzeuge im Bauch. Ist das so? Ja, der Oli hat gecovert. Nicht gecovert hat aber Sascha. Dafür hat er mit Leuten von Subway to Sally, Feuerschwanz, Tanzwut, D'Artagnan und, wie heißt die Dame, Patty Gurley, dieses Lied aufgenommen, diese Parodie auf Mittelalter-Rock. Und ich finde es ja wirklich ein bisschen witzig. Und da du es aber nicht gesehen hast, kommt es einfach mal so in die Shownotes. Ich glaube, das gefällt noch ein paar anderen Leuten aus unserer lustigen, freundlichen Speak-Metal-Blase. Die haben es vielleicht noch nicht gesehen und will sich dafür auch ein bisschen von unterhalten. Hm. Das mal nur kurz so als Off-Topic. Okay, ich möchte gerade herausfinden, was für Songs Sascha gesungen hat. Ja, das können wir auch noch nebenbei. Owner of my heart, this is my time, das sagt mir alles irgendwie nichts. Nee, also ich habe da auch null, null... Also Oli P wäre ich an Bord? Naja, aber auch nur die alten Lieder und nicht, was er jetzt gerade veranstaltet. Der ist ja echt ernstnervig. Ja, aber man kennt ihn zumindest, weißt du? Also ich weiß, wo ich da mich verorte. Lucky Day, immer wie immer, Starnacht am Wörthersee, dann lieber nächste Weihnachten, ey. Kann man lassen, kann man lassen. Ah ja, wir sollten vielleicht zurück auf das Terrain begeben, auf dem wir uns nicht unbedingt auskennen, aber zumindest wohlfühlen. Das finde ich, das hast du sehr schön vorsichtig formuliert. Ja, also vielleicht sollte man so kurz sagen, wie diese komische Themenzusammenstellung zusammenkommt. Und zwar war so ein bisschen der Ansatz, Bring Me The Horizon, Fever 333 und Sail and Ardor haben kurz hintereinander EPs veröffentlicht. Was meiner Meinung nach relativ schlau ist, gerade zu tun, also nicht zu warten, bis man irgendwie ein Album hat, um das rauszuhauern, sondern eher irgendwie ein kürzeres Format nimmt. Dann kann man sich auch wieder fragen, was ist eigentlich eine EP? Ich habe irgendwo mal gelesen, bis sechs Songs ist es eine EP. Darüber ist es schon ein Mini-Album oder so ein Quatsch. Ist eigentlich auch komplett egal, aber auf jeden Fall sind es drei Veröffentlichungen kompakter, als ein Album üblicherweise ist, die so meiner Meinung nach eigentlich schon ziemlich 2020 sind, aus verschiedenen Gründen. Und dann kam halt noch ACDC. Ja, und dann haben wir nicht aufnehmen können, aus Gründen, und das hat das auch noch verzögert, aber dann schmeißen wir doch einfach mal alles zusammen und gucken, was passiert. Und ich muss auch sagen, ich habe das alles gehört und habe Meinungen. Meine Notizen sind aber relativ überschaubar, wieder einmal. Aber du wirst da bestimmt in die Bresche springen können. Und ich habe nachher noch einen schönen Sketch, aber... Einen Sketch? Ja, ja. Ich freue mich drauf. Aber lass uns doch erstmal über Bring Me The Horizon reden. Genau, wir gehen das Alphabetisch durch und da fangen wir natürlich mit B an. Warte. Genau. Ja. Also da hatten wir ja eigentlich schon relativ das ganz vorgeplänkelt, das hatten wir ja schon in anderen Folgen, dass die E schon früher gesagt haben. Irgendwann war es letztes Jahr. Ich glaube, es war letztes Jahr jetzt erstmal keine Alben mehr, sondern eher EPs. Jetzt gibt es quasi so ein Zyklusprojekt Post-Human, heißt es, bestehend aus vier EPs und am... Was war denn das? Oh, das ist schon wieder so lange her. Ich glaube, 30.10. war es. Das war der 30.10. Äh, stimmt. Er kam nun quasi... Bestimmt, sagst du, ne? Ja, ja, bestimmt. Ja. Er kam nun quasi die erste EP daraus raus, und zwar Survival Horror. Und, ähm, treue Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja schon, dass ich jedes vorab ausgekoppelte Lied aus dieser EP hart gefeiert habe. Die EP als Gesamtes feiere ich noch mehr. Das hat verschiedene Gründe. Aber ich würde gerne erstmal von dir so ein bisschen hören, was... wie geht's dir mit Survival Horror? Wie geht es Ihnen mit Survival Horror? Ja, ähm... Was macht das mit Ihnen? Mit Ihnen als Mensch. Der Mensch im Fokus. Ganz genau. Immer im Mittelpunkt. Richtig. Der Mensch im Mittelpunkt ist auch ein schöner Folgentitel. Schreib mal auf. Ja, ja, ja. Ähm, ja, du hast es schon ganz richtig gesagt. Es gab ja schon vorher mehrere Songs und irgendwie, also gefühlt fast alle, auch wenn das nicht stimmt, aber der erste Song war zum Beispiel letztes Jahr Teil von dem, äh, Death Stranding Soundtrack, meine ich. Mhm. Ähm, der ist halt schon tatsächlich eine ganze Weile unterwegs. Ähm, hat aber eigentlich der EP als Ganzes nicht geschadet, dass das jetzt irgendwie so zerstückelt auch erschienen ist, sondern ich finde und, ähm, anders, anders angefangen. Ich war ja nie der große Fan und bin's auch nicht. Aus verschiedenen Gründen. Ich fand immer wieder Sachen gut. Aber das ist tatsächlich das erste Bring Me The Horizon Release, das mir wirklich, wirklich gut gefällt. Und man kann gleich dazu sagen, das ist auch das Beste aus der heutigen, deswegen wollte ich es eigentlich auch nicht als erstes machen. Das ist das, was mir am allerbesten gefällt von all den Sachen, die wir heute besprechen. Mir fällt es auch total schwer, einen Favoriten zu nennen, weil da so viele so geile Songs drauf sind. Und selbst die, die nicht total affengeil sind, sind immer noch sehr gut und wischen irgendwie mit vielem, was wir später noch besprechen, den Boden auf. Also ich bin wirklich begeistert davon. Ich hab das irgendwie rauf und runter gehört und, äh, Hund und Pferd und Freundin, alle waren schon mega genervt davon. Äh. Und das ist bei jemandem wie mir, der zwar auch ganz gerne mal dieses Moderne und Chorige und so hört, aber halt nicht total darin aufgeht und dir keine zehn Chorbands wahrscheinlich irgendwie nennen kann, wenn dann nachts um drei Uhr morgens geweckt wird, ist das schon was, was herausstechendes. So, ich bin ja doch eher ein Stück klassischer unterwegs im Vergleich. Dafür hasst du ja mich. So. Ähm, was mich aber tatsächlich interessieren würde, kannst du irgendwie festmachen, warum dich das jetzt so gekriegt hat? Ist, ja, ich fürchte, da ist ein Stück weit dieses Nostalgie-Ding, äh, wir hatten es ja neulich, äh, in größerer, äh, Betrachtung von der Linken-Park-Geschichte. Mhm. Das geht ganz, ganz, ganz stark darauf zurück, dass, und das war ja so ein, äh, so ein Jugend-Soundtrack von uns beiden und, äh, das weckt gerade sehr starke Erinnerungen daran, ist aber trotzdem auch noch eigenständig genug, ist eine klare Weiterentwicklung von dem, was die Band insgesamt macht. Also, es ist ja nicht einfach nur, wir spielen jetzt die Linken-Park-Karte nach, was ich total langweilig finden würde, sondern die machen damit halt irgendwas eigenes. Und diese Kombi, dieses so, ja, irgendwie, weißt du noch, irgendwie vor so und so vielen Jahren irgendwie alles entspannt, ein bisschen so Schule, ein bisschen Stress, bla, bla, aber keine Pandemie zum Beispiel. Das ist halt ganz geil und das ist ja auch was, was bei ACDC später, glaube ich, nochmal ganz stark zum Tragen kommen wird, äh, dieses, äh, Stückchen Normalität und man kann sich jetzt ja auch mal wieder irgendwie solchen Themen widmen und denkt nicht nur die ganze Zeit irgendwie an Polizeigewalt oder so, zwinker, zwinker. Das ist hochinteressant, was du sagst. Es sind einfach mal andere Probleme, es ist ja keine fröhliche Platte, aber es sind mal andere Probleme als der Scheiß, der uns die ganze Zeit abfuckt. Das ist hochinteressant, was du da sagst. Hochinteressant. Und jetzt sagst du mir, warum es falsch ist. Ja, weil es 100% komplett falsch ist, tatsächlich. Also, nee, ist es tatsächlich nicht, das, äh, das stimmt so nicht. Ähm, folgendes. Das ist, jeder dieser Songs lässt sich, na, nicht jeder Song, aber fast jeder, nein, anders. Ähm, also ich sag mir. Zumindest einer. Einer. Also, nehmen wir mal kurz Teardrops. Das ist ja auch für mich der Song, der wirklich krass nach Linkin Park klingt. Oh, ja, ein Traum. Und richtig, richtig, richtig gut ist. Und ich sag mal, ne, lässt sich durchaus, äh, so lesen, inhaltlich, ähm, Auseinandersetzung mit, ja, nothing makes me sadder than my head. Ne, ist ja eine wichtige Zeile da, also, es geht einem nicht gut, äh, auf emotionale Weise. Das ist da drin, I'm running out of Teardrops und so weiter. Das ist quasi diese ganz basale Ebene, aber ich glaub, du, 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 du fängst gleich an zu weinen. Weil, äh, tatsächlich ist der Hintergrund von dem Song, lustigerweise, ironischerweise muss man schon sagen, tatsächlich, der Herr Sykes, ähm, ihm geht's in dem Song tatsächlich drum, dieses, er, er, er läuft quasi, also, er hat nicht mehr genug Tränen übrig, genau wegen der ganzen Scheiße, mit dem wir bombardiert werden. Also, genau mit dem, was diese Pandemie gemacht hat, mit der Polizeigewalt, mit dem, was Trump veranstaltet hat. Also, wirklich die ganzen Scheißnachrichten, das ist eigentlich, da war bei ihm im Hinterkopf. Und was das mit den Menschen macht. Ist das so spezifisch? Ja, äh, ich hab tatsächlich, äh, lustigerweise, äh, mir mal so ein Track-by-Track-Video, wo er ein bisschen erklärt, was die Hintergründe sind, angeguckt und da sagt er das wortwörtlich. Ah, okay. Ja, also, es funktioniert auch, ich finde, es funktioniert aber auch losgelöst davon und einfach nur mit dem ganzen Scheiß, den man halt allgemein zu, äh, zu schultern hat, unabhängig davon, ob das jetzt 2020 ist oder 2018 oder 2003. Voll, ähm, dasselbe gilt. Weil genug Scheiße findest du ja in jedem Jahr, so ist es ja nicht. Richtig, richtig, ja, also, ich finde ja, ähnlich gelagert ist ja zum Beispiel, äh, 1x1, oder 1x1. Ist auch so, äh, äh, ja, lässt sich auch sehr emotional, also, es ist ein sehr, also, es ist ein emotionales Stück und man könnte auch denken, also, es lässt sich auch als über Emotionen reflektierend lesen, aber auch da ist eigentlich, geht's eigentlich um Artensterben im Hintergrund. Und wenn ich dir jetzt sag, dass der letzte Song, der mit Amy Lee, da geht's, äh, um den Klimawandel, dann glaubst du mir wahrscheinlich einfach gar nicht mehr, oder? Ich glaub dir doch, alle, Stefan. Ja. Viel. Ja. Manches. Ja, ähm, ja, du, ich könnte mich ja wirklich brutal in dieser Platte, also, wirklich in diesen Stücken versenken, weil, erstens, alles, was du gesagt hast, alles, unterschreibe ich sofort. Andererseits für mich als wirklich jetzt schon länger Bring-Me-The-Horizon-Fan, also, ich sag mal, die ersten beiden Alben fand ich ja so, ja, okay. Danach wurden die für mich richtig gut, aber trotzdem fand ich sowas wie Dear Diary oder Kingslayer, wo sie wirklich richtig hart werden. Und dann kommen halt Baby-Metal, äh, das hat mich so abgeholt. Ich hab so bei Dear Diary, hab ich so ein debiles Grinsen gekriegt, als ich das das erste Mal gehört hab. Und ich hab, äh, einen unserer Zuhörer, einen ehemaligen Studienkollegen, der auch Bring-Me-The-Horizon-Fan ist, gebeten, er solle doch mal ein Reaction-Video von sich machen, wenn er das erste Mal den Song hört. Hat er gemacht, Grüße gehen raus an Fabian. Ganz liebe Grüße. Und ich stell mir vor, dass ich genau so, so, so freudig gegrinst hab wie er. Also es ist für Fans ein Fest, es ist ein Fest für Leute wie dich, die irgendwie da so schon grundsätzlich was mit anfangen können, aber bisher noch nicht so drin waren. Und das ist echt, also, ein brutal gutes Release. Und der Oberkracher meiner Meinung nach kommt eigentlich erst noch. Und zwar, im Prinzip verfolgt diese, jeder dieser einzelnen Songs kann, wie wir jetzt ausgeführt haben, auf mehrere Arten gelesen werden. Und in Reihenfolge ergeben die mehr oder weniger auch noch ein geschlossenes Narrativ. Das ist so halb intendiert. Aber ich sag mal so, es ist kein Zufall, dass Dear Diary, da geht's ja quasi, da geht's direkt um Erfahrungen im Lockdown und sozusagen den Ausbruch einer Pandemie und jemand, der zu einem Zombie wird, so Patient Zero mäßig. Natürlich ist kein Zufall, dass das am Anfang steht und dann mit Parasite Eve quasi ein Song steht, der wirklich diese Viruslage reflektiert. Der übrigens, Funfact, entstanden ist, bevor Corona da war, der basiert nämlich auf einem Virus, der seit, ich glaub, der wurde 2014 entdeckt, nee, ein Pilz ist das. Ich hab den Namen vergessen, aber es ist so ein super resistenter Pilz, der vor allen Dingen irgendwie in Krankenhäusern in Japan aufkam und da richtig Probleme verursacht hat. Und der ist einfach nicht zu bekämpfen, das Scheißding. Davon hat er der Herr Seix mitgekriegt, hat darauf basierend den Song geschrieben. Dann kam Corona, dann haben sie noch mal ein paar Zeilen umgeschrieben und jetzt passt dieses Gelöts da so gut rein. Das ist, ich bin echt hin und weg, was da noch alles drinsteckt, auch wenn man sich Ludens noch mal nimmt, was ja zum Beispiel, ja, es ist ein mega geiler Song, war ja auch der erste, der ausgekoppelt wurde. Also damals wusste man noch nicht, dass es eine Auskopplung ist, weil, wie du richtig sagst, es ja quasi als Promosong fast schon für dieses Death Stranding Ding war. Den Paketbotensimulator. Ein Spiel, das ich überhaupt nicht verstehe. Überhaupt nicht. Ich auch nicht. Also ich hab's mir angeguckt und dachte so, und warum sollte ich das jetzt spielen? So. Wie gesagt, entstand auch weit vor Corona, aber natürlich hast du, du hast im Musikvideo hast du, der Schlagzeuger trägt eine Maske. Du hast sowas, was ich als Riots lesen kann. Du hast Zeilen wie, how do we form a connection when we can't even shake hands. Euer Sag, das entstand alles, bevor wir wussten, was hier abgeht und ich bin komplett hin und weg, wie sich das alles zusammenfügt. Deswegen ist es so für mich, das Release 2020, weil es mir inhaltlich gut gefällt, weil es mir musikalisch gut gefällt, weil es alles einen Sinn ergibt und nur Hits drauf sind. Und außerdem Amy Lee. Und ich liebe Amy Lee. Lustig, dass du jetzt kurz auf Amy Lee kommst. Ich wollte noch kurz auf die ganzen Features zu sprechen kommen. Ja, gerne. Weil ich finde die alle prächtig. Es ist auch irgendwie, dass ein Baby-Metal-Feature drauf ist, das irgendwie nicht irgendwie nervt oder kacke ist oder mich irritiert, sondern einfach nur gut funktioniert zum Beispiel. Das ist auch super. Ich muss aber halt sagen an der Stelle, dass das Amy Lee-Ding, von dem ich mir am ehesten versprochen habe, dass das irgendwie gut wird, dann tatsächlich für mich eigentlich am egalsten ist. Wo ich sagen würde, das ist zwar nicht scheiße, überhaupt nicht, aber ja, mein Gott, das finde ich jetzt nicht so aufregend, wie zum Beispiel das in Obey. Mit Youngblood. Genau. Ja, den Typen finde ich ja eh fantastisch. Das ist auch hochinteressant, was der macht. Ja, gehe ich mit. Also ich finde ja wirklich, wie du sagst, die Features super quick ausgewählt. Auch die Nova Twins, die ich bis dahin gar nicht kannte. Same. Ja, dieser Song mit Baby-Metal, wie gut das einfach. Also das ist wirklich die härtesten Vocals von Olli seit langem in Kombination mit diesem niedlichen Japano-Pop-Spaß. Unfassbar gut. Was habe ich denn Spaß mit dem Song? Der macht einfach nur Spaß. Ja, also man muss ja generell sagen, das ist wieder deutlich härter als ja die letzten Sachen. Aber es ist halt nicht quasi auf der gleichen Schiene hart, wie es früher mal war, sondern es ist, und das klingt vielleicht jetzt erstmal abschreckend und doof, aber es ist irgendwie erwachsen geworden hart. Ja, total. Also ich hatte, ich weiß nicht, ob ich die These mal nur angedeutet hatte oder ausgeführt hatte, aber ich glaube, das letzte Album, Amo, das ja wirklich sehr experimentell poppig, wie auch immer war, war ein ganz bewusster Befreiungsschlag, um zu sagen, ey, wir machen jetzt, was wir wollen. Und das machen sie jetzt. Es war schon ein bisschen Ansage, dass dieses Stück härter werden soll und man kann davon ausgehen, dass die folgenden drei EPs ganz anders werden. Aber es ist, wie du sagst, erwachsener, selbstbewusster, finde ich. Ich würde jetzt nicht sagen unbedingt mutiger, aber schon ein Stück weit innovativer, weil wirklich einfach alles genommen wird, was da ist und sinnvoll zusammengefügt wird. Und zwar scheiß auf alles, was an Konventionen ist. Also ich meine, das ist, es ist von Pop über New Metal, über Metalcore, über Goth-Ballade, ist alles drin, was du brauchst und es passt irgendwie alles zusammen. Bockstark, Bockstark. Ja, und an dieser Stelle beenden wir die Folge. Es war ein schöner Tag, es war eine tolle Folge, es gab nur tolle Musik. Wir müssen noch einen Song davon auf die Playlist packen. Stimmt. Dann müssen wir uns für einen entscheiden. Oh, das ist schwierig. Das ist Katastrophe. Hast du einen Vorschlag? Irgendwie aus dem Bauch raus Kingslayer. Ja, ja, doch, doch, ja. Komm, machen wir Kingslayer. Weil es vielleicht auch wegen der Japano-Pop-Geschichte für uns so Dings ist. Mir fehlen die Worte. Ich kann nicht so gut mit Wort haben. Ja, deswegen machen wir da auch einen Podcast, ne? Richtig, genau. Ja, so, okay. Machen wir weiter. Und Jasper hat jetzt schon keinen Bock mehr. Nein, das stimmt nicht. Also, okay, lass mal weitermachen. Ja, mit Fieber. Fieber, Fie, 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 Fie. 3, 3, 3. Ja, wir reden über die neue EP Wrong Generation, die voll auf die Zwölf politisch ist, die sich zum Beispiel ganz, ganz explizit an hier George Floyd und seinem Tod vor allen Dingen abarbeitet. Und all dem, was da gerade schief läuft. Was natürlich total richtig und wichtig ist. Und es gibt ja auch die Storys, wie er da selbst halt auch irgendwie bei den Demonstrationen mit unterwegs war hier der Herr Butler und so. Inhaltlich ja, aber ich finde musikalisch, also vielleicht braucht es so ein wütendes Werk auch nicht. Aber was ich halt an den ersten Sachen von Fieber so geil fand, dass ich halt mir irgendwie auf dem ersten Album oder der ersten EP, da hatte ich viel zu viele Ohrwürmer, um mich irgendwie entscheiden zu können, was davon ich jetzt irgendwie geiler finde. Und hier irgendwie, das klingt alles ganz gut, aber irgendeine Hook, die ins Ohr geht, irgendwas, was wir nach dem ersten oder auch meinetwegen nach dem zehnten Hören noch irgendwie zehn Minuten später noch irgendwie durch den Kopf geistert, ist halt gar nicht drin für mich jetzt ganz persönlich. Und das finde ich halt total schade, weil ich mir von der Band, als ich sie entdeckt habe, so viel mehr versprochen habe eigentlich. Und seitdem auch schon dieser Zwischenveröffentlichung, die es auch schon mal gab, da war auch schon so, hm. Und jetzt kommt irgendwie der nächste große Ball an Songs und der ist auch schon wieder für mich eher so, hm. Okay, also dir fehlt ein bisschen die Catchiness. Voll. Das war das, was ich geil fand, weißt du? Aha, aha. Ähm, dazu muss ich jetzt sagen, du hattest jetzt auch die Zwischenveröffentlichungen angesprochen. Hattest du dir auch Presence is Strength angehört? Ja. Ich finde ja, das ist fast einer der größten Hits der Band. Echt? Ich finde den so gut, also wirklich noch besser als ein Pray und ein Pray for May und Burn It Down und so. Ich finde den noch viel eingängiger. Hm. Ich finde, das finde ich, also tatsächlich, was das angeht, auch stärker als die EP. Da gehe ich mit. Mir gefällt das auf die Fresse-Ding schon sehr gut. Also mein letztes Ding, was mich gehookt hatte, war tatsächlich halt irgendwie die Single-Auskopplung von Kingdom, was ja aber auch nur, ne, gab's ja vorher schon den Song. Und seitdem ist es irgendwie so, kamen viele Einzeldinge, einzelne Songs hier, einzelne Songs da und die waren alle so, ja, da sind irgendwie die ganzen Elemente drin, die ich cool finde an der Band. Aber gehookt werde ich nicht und das ist echt schade. Mhm, okay. Auch weil es so ein wichtiges Ding ist eigentlich, wie sie sich daran abarbeiten und so. Ja, okay, also ich dachte nicht, dass du über die Schiene argumentierst, weil da kann ich nichts dagegen sagen. Das ist faktisch so. Also, hittig ist es nicht so richtig. Also, nicht so wie das Debütalbum. Ja. Ich finde das trotzdem ein sehr starkes Release und zwar nämlich tatsächlich aus dem Grund, den du jetzt noch angesprochen hattest, mit den Black Lives Matter Demos, wo Jason Butler schon sehr aktiv mitgelaufen ist. Und eigentlich sind alle Songs so vermeintlich, wobei, und ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass das auch wirklich so ist, wirklich unter dem Eindruck der Atmosphäre daraus entstanden. Und ich finde, dies überträgt sich sehr, sehr gut. Also, ich hatte öfter, also sei es wie die, quasi die, ich nenne es jetzt mal Gangshouts, also quasi die Protestrufe, die drin sind, die aggressiven Gefühle, aber auch dieses Hoffnungsvolle und sowas. Ich finde, es ist eine sehr gute, präzise, ästhetisch clevere musikalische Verpackung, nein, das ist falsch, eine musikalische Repräsentation von solchen Protesten. Also, auch auf einer inhaltlichen Ebene sowieso, weil da durchaus auch Themen angesprochen werden, ähm, wie beispielsweise die, äh, die, äh, Lootings, ne? Ja. Warum klauen die Leute denn da jetzt Fernseher? Hm, dazu, oh ja, wichtiges Ding, ähm, sagt dir der Name Kimberly Jones was? Ach, es klingelt, aber ich hab grad, sag kurz. Nee, es ist, ähm, eine Aktivistin aus den USA, die relativ viel Popularität dieses Jahr gekriegt hat, weil sie eine sehr emotionale, aber auch inhaltlich schlüssige und argumentativ gute, nicht, ja doch, nennen sie es mal Rede, gehalten hat. Und, die quasi aufgeräuft, die Frage, warum. Dieses, how can we win war das, oder? Genau, how can we win. Ja, 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 ja. Und ich finde, also, man kann bei ein paar Sachen sicherlich diskutieren, ich finde aber, man sollte das mal gesehen haben und ich für meinen Teil kann der Frau sehr gut folgen in dem, was sie sagt und in dem, wie sie Gefühle und die Gefühle der, äh, schwarzen Menschen in Afrika, in Afrika, in Amerika, sorry, das war jetzt nicht beabsichtigt. Ähm, 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 darstellt, deswegen kommt das in die Shownotes, das sollte man mal gesehen haben. Ja. Und da ist dann auch viel drin, was eben hier bei Fever 353 auch stattfindet. Und allein deswegen ist halt so eine große Relevanz da, weil eben das auf diesen Ebenen so alles Mögliche, was da in diesem Kontext stattfindet, anspricht. So, für mich, Gott, das war ein bisschen alles jetzt gerade gebrochen, man sieht es mir bitte nachher, ich glaube, es kommt drüber, was ich meinte. Voll. Also, es ist ja das Ding, ne, ich verstehe total, warum das wichtig ist und gut, aber, äh, für mich bleibt halt musikalisch leider ein bisschen, deutlich Luft nach oben, sagen wir es mal so. Mhm. Trotzdem, kein schlechtes Release, aber, hm, ja, habe ich, glaube ich, ausreichend da gelebt. Okay, ich würde tatsächlich nur auf einen Song kurz näher eingehen wollen, weil der tatsächlich meiner Meinung nach, äh, äh, sozusagen einmal die Essenz von dem darstellt, was Fever 333 eigentlich sind. Minus die Catchiness muss man, wobei es ist schon catchy. Äh, den Titelsong. My Uzi, where you can, äh, son, go carry it. Hast du im Kopf? Mhm. Ja, ist jetzt nicht so ein Pop-Hit in dem Sinne, aber was ich da super, super interessant fand, ist quasi die Referenzen, die da aufgemacht sind, weil dieses My Uzi way a ton ist ein Zitat von einem relativ frühen Public Enemy Song. Wir erinnern uns, Flavor Flav, bevor der bei einer Datingshow mitgemacht hat, war er in einer der prägendsten Hip-Hop, äh, Rap-Formationen ever. Aber, Public Enemy eben, sehr politisch, sehr relevant. Von denen kommt, wie gesagt, diese Zeile. Aber, das ist tatsächlich in dem Song ein Sample von einem ganz anderen Song, und zwar von einem, der auf einem Soloalbum, oder auf dem einen Soloalbum von Travis Barker, dem Blink-182-Schlagzeuger, zu finden ist. Hatten wir das schon mal angesprochen, dass Travis Barker total wichtig ist für Fever 3? Nein, ich glaube nicht. Ne, äh, ist aber de facto. Also er hat ja bei ein paar Songs tatsächlich auch Schlagzeug gespielt, hat die Band auch, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal, auf Projektebene unterstützt. Und ja, so ein bisschen in Business-Sachen, kann man sagen, also da gibt's eine ganz, ganz enge Verbindung. Und, äh, nun ist es so, dass bei diesem besagten Song, der hier gesampelt wird, die Zeile My Uzi Wayetan von RZA, äh, quasi, äh, gerappt wird in Referenz auf Public Enemy. Und RZA ist ja nun mal, ähm, Teil von Wu-Tang Clan, einer weiteren sehr wichtigen US-Rap-Formation. Und dann ist auf diesem Song, der übrigens Carry It, den packen wir einfach mal in die Playlist, auch noch Tom Morello dabei. Oh, ja. So, Tom Morello, Rage Against the Machine-Gitarrist, was die mit Fever 3 zu tun haben, dürfte ja wohl klar sein. Das ist ja wohl das offensichtlichste, ne? Ja. Aber, ist dir aufgefallen, wie frech Wrong Generation eigentlich Killing in the Name of kopiert? Das Ende? Der, quasi der, der Break, Breakdown? Das ist exakt dasselbe. Das ist fast schon gecovert. Ja, sie übernehmen ja auch so ein bisschen den Staffelstab, ne? Also, das, äh, kommt nicht voll ungefähr. Definitiv. Richtig. Also, ich sag, also, ich bin mir bei dem Song ganz sicher, dass das komplett bewusst alles so zusammengesetzt ist. Und für mich funktioniert das auch sehr, sehr gut. Deswegen würde ich den zusätzlich zu dem, äh, einfach um das rekonstruierbar zu machen, zu dem Travis Barker Song, gern mit auf die Playlist packen, wenn das fein für dich ist. Außer du hättest einen anderen auf der EP. Nö, 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 nö. All righty. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Nö. Gut. Nö. Nö, nö, nö. Silent Ardor wäre das nächste auf unserer Wegstrecke. Ähm. Ja. Ist tatsächlich ähnlich wütend. Hm. Ist, äh, hat musikalisch, wie ich finde, deutlich mehr zu bieten als, äh, das, das Fever Release. Ähm. Ähm. Ist für mich aber trotzdem leider ähnlich. Langweilig ist falsch. Aber, äh, irgendwie auch das kickt mich, kickt mich nicht. Ich, 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 das Ding ist, 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 ist mega wichtig. Es geht die gleichen Dinge an. Es, äh, fängt schon im Titel an, was sich ja wohl offensichtlich ganz klar auf hier den, äh, den Clan bezieht. Ähm. Auf diesen furchtbaren Clan-Film, äh, Birth of a Nation. Mhm. Genau, ja. Ähm. Und ist ja auch so explizit auf all das ausgerichtet. Aber, äh, so richtig kicken tut's mich halt leider auch nicht. Aber, also, ich find's trotzdem deutlich besser auf jeden Fall als das, äh, FIFA Release. Äh, ich hab's auch wieder gern gehört. Aber, äh, es kommt, finde ich, an die, an die Sachen von Silent Ardor, die ich wirklich, wirklich gut finde, leider nicht ran. Äh, auch wenn's natürlich wirklich, wirklich wichtig ist, inhaltlich. Und das ist wiederum schade, weil wie geil wäre es, wenn mich das auch so hucken würde. Mhm. Weißt du, wie ich mein? Auch, ich, ich weiß tatsächlich, wie du meinst. Ich, bei mir ist da in der Rezeption ein bisschen was anderes. Und zwar ist das für mich persönlich, ich find, das ist so ein, äh, mir fehlt das jetzt das falsche Adjektiv, äh, mir fehlt das richtige Adjektiv. Das ist für mich ein so furchtbar, nee, das ist das falsche Wort. Mir gefällt das wirklich gut. Aber ich find, das ist so ein sehr geschlossenes, wirklich düsteres, unangenehmes, also es, 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 es macht, dass ich mich unwohl fühle, so. Ja. Und das will es auch. Ich weiß, was du meinst, es ist, es fängt schon beim Cover an. Wir haben ja schon, äh, ich hatte ja schon gerade gesagt, du hast diese, äh, Clan-Assoziation, äh, die haben ja immer dieses klassische Kreuz. Und die weißen Kapuzen. Jetzt haben wir hier auch ein Kreuz, es steht auf dem Kopf, äh, das hatten wir ja auch schon, ne, Ceylon Ardor, die Black Metal Connection und so. Und vor allen Dingen, es besteht aber aus zwei Schlagstücken, dieses Kreuz. Ja, das ist ... Und das ist so geil. Und gleichzeitig auch so, ah, so unangenehm, weil alles, was damit zusammenhängt, einfach so scheiße ist. Genau das. Und ich mein, deswegen, es ist ein dummer Spruch, gut, ja, Kunst muss auch mal wehtun. Und ich, das geht mir bei diesem Release wirklich so, dass ich, dass ich, ich höre das sehr gerne, aber ich fühle mich nicht gut dabei. Ja. Und ich mein, wir beide sind keine von Rassismus betroffenen Menschen. Also, wir könnten es da gar nicht so, ne? Aber es ist, es ist, ich find's sehr aufwühlend und wirklich, wirklich stark. Ich find's ein sehr logisches Release für die Band, weil ja dieses, das Thema Rassismus ja logischerweise schon immer inhärent war. Ich mein, die Idee war ja, was wäre wohl, wenn die Sklaven anstatt zu Gott zu Satan ihre Lieder gesungen hätten? War ja so ein bisschen die Gag-Idee ursprünglich. Genau. Natürlich ist das da schon dann mit drin. Aber dann die Tatsachen, wie sich halt diese, 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 ja, wie sich I Can't Breathe durchzieht. Das ja in mehreren Songs ist schon im ersten Song. Vigil, so finden der ja fast, also das ist ja eigentlich schon eine Ballade einfach nur. Da ist ja auch gar kein Metal drin. Aber es ist so bedrückend und, und echt. Ich, das, also mir tut's wirklich, es ist wirklich, ja, es löst echt krass viel in mir aus, so. Das find ich schon echt hart und auch, wie sich dieses It's the Cell Phone durchzieht. Das ist ja quasi diese, so mehr oder weniger, die letzten Worte von Stephen Clarke, der ja auch, beziehungsweise nicht die letzten Worte, aber der ja niedergeschossen wurde, weil, ne, der hat ja eine Waffe in der Hand und dann war's halt ein Handy und er wurde in den Rücken geschossen und solche Geschichten. Und lauter solche Sachen, das zieht sich da durch, all diese wirklich schlimmen Schicksale werden da quasi aufgegriffen. Und zu so einem, ja, zu so einem wirklich schweren Brocken, also, mir fehlen da echt die Worte, um das vernünftig und gebührend zu beschreiben. Ich glaub, es kommt drüber, worauf ich hinaus will. Ist schon heftig, sagen wir's mal so. Ja, und was mir da auch gefällt ist, also gefällt auch in Anführungszeichen, ist halt, dass es halt einfach auch mehr ist als relativ stumpfes, also wirklich stumpf ist das von Fieber jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Stück weit stumpfer als das von Silent Ardor, wo halt auch wirklich Sachen reinkommen, wie zum Beispiel diese Syphilis-Studien. Das ist so krass, ähm, das heißt Kigi, meinst du? Genau. Ja, das, äh, das hatte ich mir schon notiert, da mach ich eine gute Spiegel-Zusammenfassung, also vom Spiegel.de in die Shownotes, was da los war. Unfassbar, unfassbar. Ja, um das mal kurz zu sagen, da wurde halt, äh, bis relativ spät, ich glaub, 70er oder 80er oder so. 72, 1932 bis 72 ging das Ganze. Genau, da wurde gezielt an, an schwarzen Amerikanern der Verlauf von Syphilis quasi erforscht, indem die einfach nicht behandelt wurden, obwohl es längst behandelbar war. Aber man wollte halt mal gucken, was passiert so, ganz, ganz stumpf gesagt. Ja, das ist, also so, das war so, weil es war die, äh, arme, schwarze Landbevölkerung quasi, äh, äh, quasi Erntehelfer und solche Geschichten. Viele von ihnen irgendwie an Alphabeten, so, dass sie da echt, komplett, die wurden ausgenutzt, die Menschen. Und halt natürlich, weil, es sind ja nur, jetzt hier bitte die Ausführungsdenken, es sind ja nur schwarze, mit denen kann man's ja machen. Genau. So, das war da die Denke, das ist relativ gut sogar belegt. Das ist absolut heftiger Scheiß. Und ich wusste bis zu diesem Song nix davon. Ich hab davon noch nie gehört. Also ja, genau, also von, von der Nummer an sich wusste ich zum Beispiel eigentlich, dass viele Berichte ähnlicher Art aus den USA, ne, auch irgendwie mit, mit, mit tatsächlicher Drohung. Und im Trinkwasser und sowas lange Verschwörungstheorien waren. Und dann hat sich irgendwann mal ein Archiv geöffnet und haben rausgefunden, oh, das war wirklich so. Äh, die haben da viele Sachen gemacht, aber das ist halt wirklich in der, äh, Liste der rassistischen Schweinereien dieser Zeit. Schweinereien ist eigentlich verhabenlosend. Ja, das ist einfach Verbrechen. Das sind Verbrechen. Ja, genau, das ist wirklich noch ganz weit vorne mit dabei und einfach nur ekelhaft. Und das meine ich dann, das ist halt nicht einfach nur, ja, irgendwie jetzt sind dieses Jahr auch mal wieder schlimme Dinge passiert in den USA. Sondern es zeigt halt viel stärker auf, wie systematisch das eigentlich ist. Mhm, ganz genau. Ganz genau. Ja. Ja, wirklich auch kein Wohlfühl-Ding, aber, äh, trotzdem auch musikalisch im Vergleich, ja, erstens wichtig und musikalisch auch, finde ich, immer noch tatsächlich trotzdem besser als das Fever-Ding. Weil dieser Mix, um auch mal über die Musik zu reden, der Mix dieses, äh, Black-Metal, äh, mit diesen Emotionen und so funktioniert wirklich wunderbar. Hier wieder. Ja, das ist ja auch, Tuskegee ist ja auch wirklich so ein richtig übles Black-Metal-Stück, muss ja auch sein. Nehmt ja auch quasi Bezug auf dieses Bad Blood, also wird ja quasi den, äh, den Menschen da gesagt, sie heben böses Blut. Und, wie ihm wurde nicht gesagt, dass sie eine Krankheit haben, was für eine ist und dass man die halt eben mit Penicillin behandeln kann und so richtig, richtig, richtig übles Zeug. Ja, richtig, also, um, um, um das vielleicht ein bisschen auf, ein bisschen aufzulockern, der Titelsong, ne, wie findest du den? Ja, ja, weiß ich nicht. Also, ich find er mega gut, es ist kein Black-Metal, es ist auch kein Show, es ist ein, ich weiß gar nicht, was das für Musik ist eigentlich, sie ist aber total gut. Aber der größte Gag ist, ist dir aufgefallen, dass da deutsche Texte drin sind? Ja, das ist echt skurril. Mir nicht, ich hab's nicht geblickt. Doch, und ich, 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 deswegen war ich auch grad so, ich find den nämlich echt skurril, ich kann den nicht so richtig einordnen. Ich auch nicht, also, ich versteh ihn nicht so, also, doch, ich mein, klar, ne, äh, worum's geht, ist ja so, so ein bisschen tatsächlich die Kampfansage, was ist, wenn, na, das ist einfach eine Kampfansage, kann man so sagen. Aber ich versteh diese Zeilen auch nicht. Gib uns die Gabe, gib uns deine Lorbeeren. Weiß ich nicht, aber ich find's supergeil. Ja, ja. Würde ich tatsächlich eigentlich auch gerne auf die Playlist packen, erstens, weil ich find die, das ist so ein bisschen losgelöst von den anderen Stücken, in meiner Wahrnehmung. Und die anderen sind eher so, das muss man zusammenhören. Also, eigentlich müsste man die ganze EP reinpacken, aber das machen wir ja als Prinzip nicht. Ich find den Titelsong, den kann man irgendwie gut so ausgekoppelt nehmen. Da kommen übrigens auch wieder unsere fröhlichen Tage des Zorns drin vor. Und die werden auch... Genau! Die werden ein fantastischer, äh, Folgentitel auch. Die ist ihre? Ja. Ja, find ich gut, ist gekauft. So. Wir knüpfen an zu Folge, äh, hab ich vergessen. Mit Kalechon war das. Ja? Ja, ja, klar. Ja? Das ist doch auch der Song, die ist ihre. Ich glaub, wir hatten schon öfters davon mal. Ja, wir hatten schon, aber das war das letzte Mal, an das ich mich erinnere. Ich erinnere mich an Gornix. Ja, die ist ihre. Gib uns die Gabe. Ich hab zu viele Nächte CNN geguckt, um mich noch an Dinge zu erinnern. Ja, guck mal. Düm, düm, düm. Ja, weißt du mal, let's go to the box. Ja, ich mein, ne, das kann man vielleicht an der Stelle festhalten, die Releases, also von Fever und Seal and Ardor, die behalten auch noch ihre Relevanz, wo jetzt Biden schon ziemlich sicher US-Präsident ist, auch wenn Donald das vielleicht ein bisschen anders sehen mag. President-Elect, bitte? Ja, Verzeihung. So. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass zumindest die Causa Trump sich bald erledigt hat und der irgendwie ganz weit weggesperrt wird. Ich freue mich so auf die Verlängerungsstaffel, wenn er vor Gericht steht. Das wird so schön. Bestes Serienfinale. It's gonna be huge. Ja, also die letzte Staffel Lost ist nichts dagegen. Aber es wird quasi wie der Tiger King, nur anders. Das stimmt. Vielleicht landen sie im gleichen Knast. Ja, Tiger King sitzt hier im Bundesgefängnis, ne? Nee. Ach, egal. Wir gucken uns mal an, wo das noch hinführt. Ja. Nach Australien zum Beispiel. Strafkolonie. Nach Australien. Und, um kurz zu sagen, ich finde die drei Releases, die wir besprochen haben, auch wenn die, ich kann deine Punkte nachvollziehen, warum die jetzt nicht so unbedingt zu 100% dein Bier sind. Aber ich sag doch, das sind allesamt irgendwie moderne, zum Teil innovative Sachen. Ja, die passen auch alle wunderbar wie Arsch auf einmal zu 2020. Und ich finde, man sollte sie zumindest einmal auch hören. Auch wenn man jetzt sagt, das ist irgendwie musikalisch nicht so das eigene Ding. Aber die sind relevant. Und relevant ist irgendwie eigentlich ein relativ ekliges Wort, finde ich, für sowas. Aber es ist so. Ja, wenn es halt mal so ist, genau. Ja. Und dann kommen wir zu ACDC. Die sind vieles, aber nicht innovativ. Nee, aber sind sie relevant mit ihrem neuen Album? Für mich ja wie Sau. Ja, ich, ähm, Ich würde mal aufschlagen. Ja, bitte. ACDC, du hast schon gesagt, das ist jetzt nicht so innovativ wie Arsch. Also, es ist gewohnte Kost, sagen wir mal. Also, es ist die gute Hausmannskost. Man ist mal wieder bei Muttern oder bei Oma oder manchmal darf ja auch Opa in der Küche, wir sind ja modern und so. Und da wird aufgetischt, es gibt lecker Bratkartoffeln in richtig viel Butter angebraten, in der guten, nicht irgendwie im billigen Öl, sondern in der guten Butter und so. Und genau so ist es, ne? Der Bauch wird voll und das ist auch echt lecker und so. Es bringt total viel Spaß. Aber das ist jetzt nicht das Geilste, was man jemals zu sich genommen hat. Und es ist irgendwie, es gibt keine wirklichen geilen Highlights, sondern das ist irgendwie, es ist Normalität. Ist es das? Ja, also, ich sag jetzt mal so, ich bin schon überrascht, dass nach den letzten Alben, also insbesondere Black Eyes, wo ja Malcolm Young noch vertreten war und Rock or Bust von 2015, das ja das letzte war, als er noch lebte, auf dem er aber schon nicht mehr spielte, was aber auch, wie jetzt übrigens auch das neue Album Power Up, größtenteils einfach aus Songs bestand, die irgendwie halt um oder kurz vor oder wie auch immer Black Eyes geschrieben wurden. Ich bin echt überrascht, dass mich dieses neue Album so abholt, weil die anderen beiden, die fand ich echt meh. Irgendwie, die haben mich gar nicht gekickt. Also mich kicken die alle ähnlich viel. Ich muss aber sagen, ich hätte mir in einem normalen Jahr wahrscheinlich das neue ACDC-Album nicht am Releasetag angehört, gezielt. Ich wäre irgendwann natürlich darüber gestolpert, weil es ist halt eine, wie das ekliges Wort, relevante Band. Deswegen, man kommt da eigentlich nicht drum herum so. Aber ich habe das gezielt angehört am Releasetag und es war sehr wohltuend, dass ein ACDC-Album rauskommt und die Welt ist in Ordnung auf diesem ACDC-Album. Und dafür möchte ich ein großes Dankeschön nach Australien schicken an die Kängurus und an ACDC. Ihr macht einen tollen Job, Jungs. Das ist wirklich so. Das ist echt, dass man weiß, was man hat. Und man hat es diesmal auch wirklich. Ich möchte an dieser Stelle kurz an das Thema Kängurus anknüpfen. Ja, gerne. Und den Last Supper-Sketch von einer gewissen britischen Kommende die Truppe in die Show Notes packen. Ich weiß nicht, wen du meinst. Kennst du den Sketch? Ja, natürlich. Beste. Na, wenn die Leute, hä, was? speak-metal.de oder alternativ sex-metal.jetzt besuchen. Ja, richtig. Besuchen. Und dann wisst ihr, worum es geht. In die Show Notes der aktuellen Folge klicken und dann angucken und lachen. Herrlich. Ja, da gibt es, wie gesagt, sehr viele, auch weniger lustige Inhalte. Das ist eine wilde Mischung. Ähm, ja, danke, Atze-Datze. Ich möchte einen Dank besonders aussprechen und zwar, ich weiß nicht, wer es war, wahrscheinlich der Produzent, aber wer auch immer diesen Bass-Sound von Cliff Williams gemacht hat und den so schön weit nach vorne geschoben hat, danke. Das ist so eine Wohltat. Ist das geil. Werde ich überbringen, den Dank. Habe ich mir notiert. Geht nachher, packen wir raus. Der Service hat ja bei uns großgeschrieben, das weißt du ja. Richtig. Zum Service gehört ja schon eigentlich auch, dass davon auch was auf die Playlist sollte. Ich würde mich schwer tun mit, was ich draufpacken wollte. Ja, ich mir auch. Also es ist halt, warte mal, ich gucke noch mal rein hier, parallel in die Tracklist, vielleicht springt mich auch was an. Ja, also ich habe vier Highlights definitiv, die ich ganz besonders gern mag, aber mach du erst mal. Du hast tatsächlich Highlights, ich habe eigentlich nicht. Sag doch mal deine Highlights und dann sage ich, was am ehesten für mich noch auch ein Highlight ist. Realize. Hätte ich tatsächlich jetzt, wenn du nicht gesagt hättest, hätte ich Realize gesagt wahrscheinlich. Gut, dann. Aber nein, mach erst mal weiter. Dann mach erst mal weiter. Through the Mists of Time. Kick you when you're down. Und No Man's Land. Weil Money Shot ist auch geil. Also ich hätte tatsächlich Realize genommen, weil ich finde, das ist einfach auch so ein wunderschöner Einstieg in so ein, okay, wir sind wieder da und eigentlich waren wir auch gar nicht weg, auch wenn es euch so vorkam. Finde ich gut. Der ist einfach sofort da, weißt du? Ja, super. Ja, und ich muss auch sagen, ich fand ja den Shot in the Dark, die erste Auskopplung, fand ich schon gut. Da hatten wir ja auch kurz drüber gesprochen. Genau. Aber als jetzt dann quasi am Mittwoch, letzte Woche Mittwoch, also quasi vor Release, der Platte Realize rauskam, war ich hin und weg. Da war ich so, boah, ich muss das hören und das war zu gut. Deswegen kommt das auf die Playlist. Playlist. Wunderbar. Playlist. Tippi-Toppi. Guck, da. Relativ viel da reingestopft jetzt in die Folge. Dinge, die noch in die Shownotes müssen. Ich hätte noch eine Sache. Hol aus. Bist du Ohr? Ja, ja. Ich glaube, ich muss gar nicht lang ausholen, aber ich sage nur, der einfühlsamste Singer-Songwriter Norddeutschlands. Ja. Jetzt habe ich gelacht. Ja. Wir sprechen, wir hatten schon über Scooter und Fuck 2020 gesprochen. Das gibt es jetzt quasi in der Ultimate Edition mit dem Rundfunk-Tanzorchester, Rundfunk-Distanzorchester-Versongen, Ehrenfeld. Von Jan Böhmermann, seinen Sendungen her. Und ich finde ja wirklich, diese Version, die ist noch so viel geiler und wie geil das arrangiert ist. Wie zum Beispiel die Streicher zum Ende hinklingen. Ich bin vom Glauben abgefallen, als ich das gehört habe. Ich fürchte auch, ich bin in das halbe Ensemble vom Rundfunk-Distanzorchester verliebt ein bisschen. Fakt. Ey, also, wie lustig und spaßig ist bitte der Trompeter, die Perkursinistin, die Saxophonistin, der Pursonist, einfach alle. Seit wann spielt James Root von Slipknot irgendwie in Ehrenfeld Gitarre, frage ich mich auch. Ja, ohne Spaß. Ich dachte, was ist da denn los? Wer ist das denn? Was macht der da? Toll. Ja, also, wir sind in die komplette Besetzung verliebt, in Scooter sowieso. Deswegen, Show Notes. Jo. Wer das nicht mag, ist doof. So, Fakt. So. Fakt 2020. Okay, machen wir eine Schleife drum? Ja, guck mal, schön kompakt. Schöne schwarze Schleife. Gute Sache. Ja, die ist ihre. Ist Folgentitel, ist eingebompt, gecheckt. Mega. Bedingst. Jasper, ich bedanke mich für Meinungen, Inhalte, Input, Ideen, Gefühle, Liebe, Hass. Ich bedanke mich bei den Leuten da draußen, die mitgekommen sind und hoffentlich verziehen haben, dass ich hier heute öfter über meine Zunge gesteuert bin als sonst, glaube ich. Ja, mir hat es Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch, dir hoffentlich auch. Mir auch, auch von mir ein Dankeschön an dich, Stefan, ein Dankeschön an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und wir sind raus. Tschüss. Mei, wat, schön. Herrlich. Zuhörerih Ich schee unterасти, ich bin ordentlichέρ. Vielen Dank.